Zeit Guck mal den Bowler, ey! Guck mal den Dach hier, ey! Was ist das denn? Magic Bus? Oder was ist das? Guck mal den wegbetonieren, den kleinen Verrecker-Bolder, ey! Guck mal den mal! Ey! Was ist mit den Mathe los, ey? Was ist das hier, ey? Der regt mich auf, ey! Boah! Was sind das hier für kleine Griffe, ey! Boah! Tutsch den her! Boah! Springs den her, ist vorbei, ey! Ich glaub, das ist so. Machen wir ein bisschen warm, oder was, ey? Was machen wir hier? Ein bisschen liegenstützen. Guck mal, ey! Machen wir immer warme Tricks, machen wir nicht? Mal hier so einen einarmigen Liegstüssel. Fertig! Tun wir hier Seiten. Zeit! 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 Dann tue ich ein bisschen Dehnung, Übung. Was Spaß, ey! Ja, natürlich nicht. Und dann machen wir ein paar Klimmzügen, ey! Boah! Guck dir den Typ an, ey! Was ist das für eine Kugel in meinem Arm? Ich glaub, ich bin warm, ey! So, leck mir mal den Matten hin hier, ey! Was ist los mit den Höhlen? Bisschen motiviert, ey! Kleinen Motivationsschub gerade gehabt. Auf einmal, weißt? Ich stehe hier. Vor! Ich sehe den Boulder. Vor! Motiviert! Guck mal, wie ich den wegbetonieren, den Boulder. Einen mache hier. Tue andere hier. Ist auch egal, weil ich fall nicht. Und dann tun wir den letzten Matten hier hin. Das ist auch egal, eigentlich, ey! So! Passt! So! Guck mal mal! Ich habe hier mein Boulden-Utenziel, sagt man mal, mit einem Schuh. Speziell Special Bouldering in the Rock-Shoe. Du kannst nur hier anziehen, weißt? Die tun immer ein bisschen weh. Also, macht nicht nach. Mit einem kleinen Schuh. Tun nicht. So! So! Mach mal den mal. Kleinen Spaß wieder, ey! Bin gut drauf, weißt? Weil, ich bin kein Kind mehr. So! So, wir hier starten. Boah ey! Was ist mit dem Tritt los, hey! Was? Kinder! Hört den zu, was den Antoine sagt. Tut immer mit sauberen Schuhen klettern. Weil sonst machst du ihn kaputt. Und dann, wenn ich dich sehe, wenn ich den sehe, der den scheiß Tritt kaputt gemacht hat. Dann wollt ihr nicht wissen, was passiert, ey! So, tun wir klettern. Kleine Unterrichtsstunde gemacht im Wald, ey! Schön, wie in der Schule damals. So, fangen wir hier an. Kleinen Spaß. Anstrengung ist keine Anstrengung, ey! Für mich ist das keine Anstrengung, ey! Was ist los mit dem Griff, ey! Welcher Idiot hat eine Matte hier so hingelegt? Warst du das? Ja, ne. Ich muss die Matte richtig legen. Und ich zeige euch jetzt noch einen Trick, wenn wir schon in Unterrichtsstunde sind, ey! Habt ihr das gesehen? Das war nicht, weil ich zu schwach bin oder zu weak. Das war, weil der Griff nicht gebürstet ist. Deswegen hast du hier so einen kleinen Bürster. Sponsor darf man nicht verraten, weil 400 Euro auf Basis kriege ich von denen. Dann tust du das Bürsten und dann kannst du den Klettern im Wald. Wirst du jetzt sehen. Und du musst den scheiß Matte hier richtig legen. Welcher Ratte hat den Matte scheiße gelegt? So, mach mal nochmal, ey! War ne Spaß eben. Wollte nur zeigen, was passiert, wenn du nicht richtig putschst alles. Tust du den so? Kletterst du den so? Tust du den hier? Tust du den hier? Tust du den hier? Halt! War das hart gerade, ey! Der ist zu leicht für mich, Herr Boll. Du weißt, deswegen mach ich das nochmal so. Poi! Ey! Den schneiden wir weg, den Entschluss. Tu mal nur hier den Anfang hin. Und dann sieht das so aus. Hat Spaß gemacht, ein Bouldern mit euch, ey!